Nachladen Na gut, Map Nein, nicht nachladen Wo war unser Lager? Hier oben irgendwo Peter Dann ist wieder mal der letzte Ne, ich hab wie der letzte Ah, ist schon drin Hier hinten chillt auch noch einer Ach ne, das soll Ich hab nicht so Das ist der Pilot, der da chillt 0 9, da ist es Ich muss nur grad... Ach, hier lot's mich einfach, ja? Im Lager? Ja Ja, mach ich Ich war jetzt mittlerweile schon aus, wenn die Schulattie ist hier, zum Glück So 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 So, wo lang? Warte Nach rechts ein Stück und dann 5000 Meter in die Richtung Hier? Hier? Ja, optimal, optimal Da hab ich sogar einen Railpoint Was? Ja, dann hast du den Railpoint nicht weggemacht wahrscheinlich Was machst du mit dem? Ja? Ja Dieser XX Midnight ist wieder da Na ja, gut zu wissen Was soll er mit dem? Der hat eben... Der wollte... Also der hat dem Rabi die G36 geklaut Aber die haben wir ja jetzt wieder Habt ihr ihn abgeballert oder was? Ne, ich wollte, aber ich hatte... Pass auf, es ging so, war so Ähm... Wir hatten... Ähm... Ja... Long story short Der wollte... Der wollte mir Morphin geben Und dann hatte ich gefragt Ja, was gibt's mir dafür Da meinte ich ja hier G36... Äh... Standardparazin Zuerst wollte ich ihm Blatt weggeben Das wollte er aber nicht Und dann hab ich ihm gesagt Ja, nimm das G6... Nimm hier den Standardparazin Und dann hat er sich das G36 genommen Die Axt, das Hunting Life Und das Binocular Und ist weggegangen Wieso hast du dich aber auch geballert? Hat mir aber das Morphin noch gegeben Ne? Ist der weggekommen damit oder? Ja, ich hätte ihn ja nicht abfahren können Ich hatte trocken Beine und alles Dann lief der unten Ist die Treppe runter Dann hab ich ein paar Mal auf den geschlossen Dann kam der Ron vorbei Hat mit mir gesprochen Im Private Chat Warum? Hat der gesagt Ja... Ich hab dem die ganze Story halt erzählt Und dann hat der den irgendwann später erschossen Mit seinem Sniper Ja, also... Glaub ich auch zu schießen wenn ich hinterher Ja Jetzt... So, wo ist das jetzt das Lager? Da hinten irgendwo, oder? Achso, und dieser Isaak Falls der kommt Der hat den Flur erschossen Ja, den Isaak Wenn der kommt Äh, Philipp, wo fährst du hin? Ja, du sollst mich losen Ja, nach rechts Ich dachte, du hast den Nachbar noch Nach rechts Ne, das war ein falscher Nachbar Ja Um diesen Berg rum quasi Blick um den rum Dahinter müsste das sein Neu, oder? Hier hinter? Nee, das ist schon außerhalb des Gebiet Das kann nicht sein Ja, da... Hinter dem Berg quasi ist das Und jetzt hier unten einfach landen Direkt da Achso, okay An dieser Tanne da Weißt du? Ja, ich sehe es Ja, hier landen ist gut Vielleicht noch ein bisschen nach links oder so Na, geht doch Aber hier müsste das eigentlich passen Kannst grad schwer einschätzen Kannst grad schwer einschätzen Alle Stöcke wird es nicht laufen, ne? Ja, klar, das ist nicht Rutscht der? Nein, der steht genau Der steht eigentlich perfekt Ja, optimal Du schreib immer noch WB Ja, ja, klar Damit er nicht denkt, dass er in Sicherheit ist Ja Der Dennis, der ist immer so voll der Vorsichtige Ich hab mir einfach schon grad, dass ich ihn umbringen werde, wenn ich ihn sehe Ist so Ich sehe halt irgendwie gar keinen Grund, den da irgendwie eine Sekunde leben zu lassen, wenn ich ihn sehe Ja, weil direkt dran glauben will Ich hab ja alles in den Heli gepackt, ich forst Ja Thanks, schreibt er Wir sind ja alle Freunde hier, ne? Total Ich hab mir gestern noch so ein Let's Play angeguckt und die haben sich einfach alle gegenseitig abgeballert Ich kann gar nicht verstehen, wie das hier so sozial laufen kann Achso, der wird gar nicht hier hingefahren, oder was? Ja, weil wir Wir sind ja eigentlich hier eine Macht auf dieser Map, weißt du? Genauso wie der Ronk und der Gong Weil wir die besten Ausrüstungen Ronk und Gong, so geil Ich bin jetzt zusammen, oder? Ja, ja Warte mal, ich geh mal lieber in den anderen Oral Wie der Name schon sagt, ja Hier, der eine Oral hier, wo ich an dem ich gerade stehe, der ist übrigens fast voll, ne? Jetzt ist er voll, jetzt ist er voll, jetzt ist er voll Genau, Rats, du bist verrückt im Kopf Ronk und Gong Ja, die sind lustig, aber irgendwie Ronk und Gong Aber gestern habe ich denen auch einmal helfen können Wenn ich mich frage, ob ich die Munition hier auch verwenden kann, ich muss kurz was ausprobieren Was für, was für eine Munition? Die FN Fall Weil die sind dann gleiche Kaliber wie meine Ja, du musst die Abmessung abchecken Ja, ja, es ist das gleiche Abmessung, aber das Problem ist ja, dass ab und noch das Magazin nicht passt, ne? Aber krass, wir haben ja noch M240 Munition Ja, ja, haben wir ja eben noch geholt Ja, ja Ich habe ja drei Magazine, da sind sogar noch zwei drin Die sind zwei M4A1, die müssen wir mal rausschmeißen Pack mal eine in meinen Rucksack Die nehmen nämlich nur Platz weg, falls wir nämlich Waffen finden Die sind gleiche Munition, aber ich kann die nicht mit meinem verwenden, das ist natürlich scheiße Ist die M240 besser oder die MK48 Mod, da gibt es da gar keine Unterschiede? Die MK48 Mod hat halt das Visier drauf Jaja, aber von der Stärke her... Oh, ich hab meinen Rucksack gedroppt, ich Idiot. Oh oh, wo ist der? Ist weg. Ja, super, die droppt weg. Hab ich auch schon gehabt, den Bug. Ne, 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 der ist hier irgendwo, nur seh ich ihn halt nicht wegen dem hohen Gras. Elf mal mit suchen, bitte. Dennis, er ist weg. Nein, das kann nicht sein. Dennis, er ist weg. Du hast einen auf dem Rücken, du Held. Hä? Du hast einen auf dem Rücken. Doch, du hast... Bei mir hab ich keinen auf dem Rücken, Mann. Jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Die Lichter M4A1 liegt hier. Wo ist die denn? Ne, Quatsch, die ist im Heli, ich bin an dem Heli. Weil da wo ich... Ne, Dennis hat keinen, äh... Upsack. Ja, ist er weg. Einfach mal irgendwie mit Mausrad an hier im Kreis laufen. Ne, ist weg, hat keine Chance. Ja. Och nö, jetzt hatte ich schon einen schönen Alice Pack, Mann. Take was? Alice Pack, das weiße, was der Flo auch hat. Warte, 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 warte. Take, da war was. Ja, vielleicht meiner. Open Assault Pack, take M4A1, drop. Ne. Ja, ne. Ich wollte doch nur die M4 rausschmeißen, Mann. Ich seh den hier, hier vorne liegt da. Hier liegt da, hier liegt da, hier liegt da. Direkt vor meinen Augen. Direkt vor meinen Augen. Direkt vor meinen Augen. Ah, hier, ja, das stimmt. Da. Geht mal weg da. Geht mal weg, ich sehn, bin ich dran. Danke, Leute. Boah, was ein Schwein gehabt, ja. Ja, ihr seid zu nah dran, ihr müsst weiter weg gehen. Ich zeig schon mal wieder einen. Ne, 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 das bringt nichts. Wie, das bringt nichts, ich will nur einsteigen. Wegen dem Heli, manchmal macht das Faxen. Okay, jetzt ist alles gut, alles gut. Ich hab den, ich hab den wieder. Seid ihr alle wieder ready, Leute? Was war das? Was war das? Ja, los. Guck mal, ob alle wach sind. Ja. Ich hab doch nicht mal gehört. Weiß Typ. Wohlen fliegen wir? Zu dem Zelt, oder was? Warte mal gerade, ich guck gerade mal, was so... Jetzt hab ich die normale M4, okay. Okay, jetzt droppe ich die, und hol die aus meinem Rucksack, wieder raus. Okay. Soll ich mir die Magazine wieder? Ja, ist lang. Irgendwer anders droppt mal bitte die M4 aus dem Heli raus, bitte. Das ist doch drin, soviel Waffen, Stotze, wie wir da frei haben. Ist eigentlich egal. Machst du mal Heli an. Soll ich jetzt machen, oder was? Ja, droppst du die, holst die raus? Ja, Moment. Na ja, Heli geht ja nur an. Was heißt nochmal Rezidivieren, Dennis? Bitte? Rezidivieren. Ich kann nicht kaum verstehen, bei der ich neben dem Heli stehe und der anlässt. Rezidivieren ist, er hat so wieder aufgetreten. Okay. Wer ist denn gerade weggelaufen? Der Sascha, der schmeißt nur die M4 aus dem Heli raus. Und holt sich seine, glaube ich, wieder gerade. Jupp. Vergiss die Magazine nicht, die nimmt er ja automatisch raus. Nimmt er automatisch raus. Okay. Bin drin. Ach krass, guck mal, es können doch noch mehr Leute mitfliegen. Guck mal. An den Türen ist keiner. Ja. Also können so 8 Leute mitfliegen. Richtig nice. Das ist krass. Wir sind jedes Mal. Du war meine Leiche. Ja. Aber selbst dann kriegst du sie nicht. Ich hab den an der Schuhe. Ich hab den an der Schuhe. Ich hab den an der Schuhe. In Cerno, ne? Ja, genau. Ach so, brauchst du eine Markierung? Nein, ich flieg schon. Hast du? Ja. Wie wollen wir jetzt eigentlich? In den Zelten? In den Strati. Okay. Wie? Deswegen ist das nur egal. Wir sind wieder zwischen den Zelten. Ja, klar. Ist das eigentlich noch in der Strati oder so? In der Reichskruppe oder? Nein. Das war die Format. Aber, das gehört bei der Stimmung zu laufen. Ich agua. Laufen. Stradieren, wenn wir mal auf den Schmuckers umgehen, oder? Ja, würde ich sagen. Tappen wir mal alle Smart Points ab. Das ist eine gute Idee. Ich dachte, dass ich jetzt von der Position aus mit meinem normalen Gewähnen ledigen kann, ey. Das wäre geil. Ja. Ja, ne? Das wäre echt cooler. Aber gut, wir haben ja die Organs. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Raketenwerfer hättest, oder so. Ja, das wäre nice. So eine J-Brin oder so. Ja, das Sniper muss ich auch schon reichen. Er bleibt halt einfach nur so stehen, nur das Sniper muss ich oben weg. Friedrich, wer streckt unter uns? Da waren wir auch noch nicht. Ne, da waren wir auch noch nicht. Ne, ne, da waren wir auch noch nicht. Ne, das ist ja hier Stadi. Seht auch gerade liegen. Die einfach runter. Schau mal, links ist ein Lager, da steht dran. Was steht da? Oh ja, Tatsache. Ja, pass auf, dann gehe ich Richtung Lager, oder was? Wie teilen wir uns auf? Da ist ein Lager? Was für ein Lager? Links hinter uns. Links. Ach, Tatsache. Da renne ich gleich hin. Hüpp' ich schon mal raus. Ne, 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 ne. Ah. Da rennen wir alle zusammen hin, würde ich sagen. Wir können nicht alleine, weil, wartet mal auf uns. Ja. Wenn da jemand ist, dann fickt er uns, wenn wir alleine werden können. Komm. Was für ein Lager? Warte, ich spiel mal kurz mit dem Weintaufiola aus, ob da jemand ist. Warte da? Ich hab doch Scharfschützengewehr. Da sind nur Steine, Peter. Peter, nur Steine. Ja, da sind nur Steine. Nein, hier. Guckt doch mal, da wo ich hinlaufe. Da sind drei Autos. Er hat recht, da hinten sind Autos. Ach, da hinten. Ah, okay. Ich geh mal in die Ego-Shooter-Perspektive, falls was schießen ist. Guck mal jemand mit dem Fernblas. Ich hab da Scharfschützengewehr. Das ist garantiere ich, George. Das ist hier, Ronk. Der, der, Amvi. Der hat, der, der. Ich leg mich jeden, ich gebe euch Deckung. Wir rennen einfach drauf los. Ja, der ist ja eh nicht da. Das ist der Fuhrpark von dem wahrscheinlich, ne. Wir gehen da trotzdem hin. Checken mal, ob da was Gutes so Munitionstechnisches ist. Komm. Ich geb euch Deckung. Ich bin hinter. Ich bleib hier auf dem Feld liegen. Ja, du hast ja den Sniper, ne. Ja. Wenn du auch, ja. Ich hab ne G36. Ich lauf ganz links, wenn in der Mitte. Und der Schmie rechts. Aber ich seh auch keine Bewegung hier. Also der scheint auf jeden Fall unterwegs zu sein. Ne. Knapp noch nicht da zu sein, ne. Check halt das, den Amvi. Wollen wir den Amvi mitnehmen, oder was? Ne, wir nehmen gar nichts mit. Wir checken nur die Sachen da drin. Weil wenn wir die mitnehmen, ist das am auffälligsten. Wenn wir die stehen lassen, einfach nur ein paar Sachen klauen. Nicht alles natürlich, nur ein paar. Ja. Fällt das keinem auf. Der Amvi ist auch Schrott. Ja. Wir bringen's. Ja, ich seh da hinten. Knapp noch mal, ne. Knapp noch mal, ne. Knapp noch mal, ne. Ohne Schalten von der Winchester. Der Remington. Nix leer. Hier ist nix drin. Ja, hier ist auch nix drin. Ja, hier ist auch nix drin. Der AK-Magazin. Ja, AK-Magazin. Ja, AK-Magazin. Guck mal jetzt auch noch. Und die andere. Oh, die Remington mit Flashlight. 6 AKM-Magazine. Alles schrott. Alles schlechter als das, was wir haben. Aber die Remington mit Flashlight. Die hat halt ne Taschen. Die Lampe, ne. Ja. Und da ist auch n Anti-Therrican drin. Die nehm ich mit. Jo. Ich. Ja. Alles klar, ab. Abflug. Was in den anderen Karren? Die leer. Da ist nichts. Achso, ok. Abflug, hier die Crash. Sie startet sich lohnt. Fragt er so, was mach ich damit? Wer schießt denn da sein? Bist du das, der da hinten steht? Ne, ne. Ja, ich steh da aber. Ich bin das. Ich knack schon ein paar Zombies, ey. Da ist noch ein Zombie, direkt hinter dem Hubschrauber. Ja, ich seh ihn. Mach ihn platt, lauf erst vorbei Sascha. Ah ne, das ist er. Er läuft. Er rennt, er rennt. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Krieg ich ihn. Ah ne, das ist ein Spieler. Achtung, ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Was? Ne, das war's nicht. Ich dachte, das wär der Zombie. Aber war das der Flo? Nein, das bin ich. Der Phillip. Nein, das ist. Du stehst direkt an unserem Hubschrauber, ja. Nein, ich steh an dem Wrack. Achso. Mein. Oh. Benutz dein Mausrad, dann siehst du, wer das ist. Ich glaub, der kann sich grad nicht entscheiden. So. Was gibt's hier Schönes? Er ist gerade erst im Kreis gelaufen, weil ich wusste zu wem, dass er erst rennen war. Nix, oder? Du kannst zum falschen Junge. Weggeknallt. Ich bin hier irgendwas. Ist ja gar nichts. Hier sind Chemlites. Im neuen Magazin, das nehm ich mir mal. Oh, zwei Feldrationen, fett. RPK-Munition nicht hier. Ja. Ist die für die Bison eigentlich, die RPK-Munition? Ich hab keine Ahnung, 75 Schuss. Ja, ja, ich hab eben auch zwei Stück davon gefunden, aber ich weiß nicht, wie man die benutzt, ja. Haben wir jetzt auf jeden Fall vier Magazine für, aber was auch immer die RPK ist. Hier liegt noch einer Feldration, die muss ich dann sehen. Hier sind noch Bond, äh. Wann noch ein Larsen? Die Menge. Ich hab grad gespawnt erst. Noch ein Max liegt hier, ne? Mre. M9 Mac liegt hier. Ist das ne Roadflare? 2 M9 Magazine. Da gibt's hier dem Ravi, ich weiß nicht, wie viel Schuss er da noch hat. Ravi, wie viel Schuss? Wir legen zwei AK-Magazin auf die M9. Ja. So, gib mir die ruhig mal. Oder habt ihr keine Munition mehr? Wer hat die noch? Ich hab sechs Stück. Keiner hat die M9 sonst. Ich hab die M9. Wir haben glaub ich zwei G17. Ach, Sven. Ich hab drei. Dann gib mir noch zwei. Ja. Oder eins. Ich tu die in Heli. Take Smoke Grenade. Also ich find hier sonst nichts. Eine Rauchgranate stand hier so rum. Tu die in Heli, ne? Alles klar. Ja, ich muss rausnehmen bei Zeit. Oh, ich muss was trinken. Hat jemand was zu trinken? Ja. Hast du nicht eben die Dings mitgenommen? Die Flasche ist farbisch. Die Flasche ist farbisch drin. 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 In welchem? Äh, lag hier drinnen. Die hat irgendwie auch noch da mitgenommen schon. Hast du nicht deine Wasserflasche mitgenommen, Ravi? Die habe ich schon getrunken. Die ist schon leer. Du steckst schon mal einen, ne? Ich bin auch auf dem Weg zum Heli jetzt. Ähm, 9 hast du ja. Aber hier ist noch ein Gear Stand. Die hol ich kurz drauf. Hier ist noch ein Gear Stand. Da geh ich kurz drauf. Ihr könnt schon mal umsetzen zu dem Zelten. Ich komm da hingelaufen. Alles klar. Äh... Ich pack mal grad die Jerrycan noch hinten in den Hedi. Ja, ich muss mal gucken, wo wir was zu trinken haben. Wir haben nichts zu trinken, ne? Doch, ich hab sonst auch noch was. Kannst du was in den Hubschrauber reintunnen? Nee, ich komm da nicht dran, weil hier alle da rumstehen. Ich hab nur ein Getränk mitgenommen. Da lag doch... Wer hat denn die Pepsi aus dem Zombie eben genau? Ich hab noch zu trinken. Ich hab noch... Ja, dann machen wir's gleich beim Hubschrauber den Zelten einfach. Ich komm zurück darauf. In dir ist dein Lacken und dein Map drauf. Ja, es ist noch ne Pepsi sonst im Hubschrauber jetzt. Tu ich rein. Danke. Hier. Ja, da war grad irgendein Zeichen, dass ich irgendwas nehmen konnte. Also, ich hab so nen Gucker-Can oder so, ne? Äh... Du hast nen Zombie hinter dir. Ja, ja. Stehlaufen. Holen wir uns an irgendein Kauern. Ich hör's nur knacken neben mir, Alter, ne? Fabi fliegst du, ne? Ja. Ja. Ey, Spasti, bleib doch mal stehen. Ich hab mir eben einmal schon voll im Kopf getroffen, aber... Jetzt ist er tot. Ja. Ich mach nur noch was dabei. Dreckst du. Gehen wir hin zum Lager? Ne, ne. Hier zum. Ne, zu den Zelten noch. Ach. Alter, was ist noch auf dem Server hier los? Guck mal. Voll wiederholtet. John Doe ist noch da. Ja, wir müssen auf die wir jetzt aufpassen. Joel... Haben wir jetzt Rauchgranaten dabei? Ja. Ja, ich hab zwei gefunden grad noch. Den müssen wir gleich schmeißen. Wenn die kommen mit Zombies. Ja, aber diesmal warten wir echt, bis viele Zombies da sind. Ja, ja. Ist so. Das letzte Mal hier zwei Zombies und dann... ...kommt die große Horde. Schmeißt die am besten immer da hin zu dem Bauernhaus links. Da hin schmeißen. Schön lange gedrückt halten. Oh, pass auf. Die ist ein bisschen nah. Na, 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 na. Na, jetzt kannst du unsere... Rechts ausgleichen. Na, ich mach das schon automatisch. Das ist nur der Schwank ein bisschen gerade. Das ist nur den richtigen Zeitpunkt abfragen. Du musst jetzt eh noch warten bis die Sachen scoren, oder? Du musst jetzt eh noch warten bis die Sachen scoren, oder? Oh. Aber raus können wir ja trotzdem nicht machen. War das eben schon gelb? Ja, na, das war eben schon gelb, oder? Das, äh... Der Motor, oder? Ja, ja, das ist... Ja, gut, dann ist nichts kaputt gegangen. Ja, das ist... ...90% wieder. Dann passt alles nochmal. Bestimmt, was kaputt ist, ist der Hauptrohrpunkt. Das ist nur 70%. Bei uns? Hattest du nicht noch einen Rotor gefunden? Alter, da war der Server Restart wieder. Das dauert noch. Da müssen noch was warten, Tatsache. Ist krass, ne? Wie lange dieser Server braucht es, um zu restarten? Das ist unglaublich. Also, um, um, äh, neu zu laden, hier. Erste Zombie kommen. Der erste Zombie ist da. Ne, aber generell in dem Spiel einfach, dass das so lange dauert, bis da was lädt, oder? Wenn wir schießen locken wir einfach noch mehr an. Hm. Wir haben silenced. Wenn du hast die M9, hast du auch silenced Munition drin? Ja, ja. Ja, hab ich. Ne, ne, die hab ich immer. Leid immer ab. Ja, ok. Ich geh aber mal hin, ey. Ich muss... Ich hab ne Dose Bohnen, wer was essen möchte. Wow. Also, ich würd jetzt was essen. Ich müsste eh was essen. Ja, dann nimm sie dir halt. Es wird bald wieder Nacht, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Hast du ne Uhr? Ne, ne, ja. Weil ich vor mir guckte, war es erst kurz Nachmittag. Wir haben, äh, 10 nach 10. Also, früher am Vormittag. Also, ähm. Jo. Ist ja was alles wieder geändert worden, ne? Ja, cool. Sehr schön. Gut. Aber das find ich ja sogar super, dass die das so ein bisschen abwechselnd machen. Für die Leute, die gerne auch mal Nachtwurst wollen, weißt du? Das find ich cool. Wenn man ne Night Vision hat, so wie du, ne? Ja, stimmt. Ich spiel ja gerne. Also, ich krieg von ne Night Vision immer Kopfschmerzen, ne? Von den grünen, ne? So. Was muss ich denn drücken dafür? N, ne? N, ja. Ja, Katsache. Nice. N wie Nordpol. Wie Night Vision. Och. Das war ein Zufall. Ich war's. Oh, Flo. Ja, das kann mich so nicht glauben. Bis jetzt. Ja, what? So, hier ist ne M4 mit Rotpunkt. Ja, nimm mit. Ja, dann pack ein. In deinen Rucksack. Ja, mach ich. Ab in den Heli damit. Gut. Die Stannak Magazin nehmen und aus dem Platz. M4 A3 CCU ist das. Ja, super. Ja, warte. Falls mal wieder einer stirbt. Von uns. Hab ich drin. Und die zwei Stannaks auch. Ja, gut. Oh, nix. Ja, hat's ja schon mal gehört. Ne, hä? Wo hat er die hingepackt? Die müsste in deinem Rucksack sein. Oder du hast deinen jetzt gedroppt. Ne, ich mein, den hab ich noch auf dem Rucksack. Ich guck mal erstmal im Hubschrauber, ob ich die rauspacken kann. Naja. Heli. Ich hör'n Heli. Oder? Bleib mal kurz alle stehen. Ja. Ja, ich hör'n Heli. Achtung. Vorsicht. Wollen wir schon mal ansteigen vor dem Schrauber? Ne, brauchen wir nicht. Wir machen, egal wer kommt. Wir machen den Platz. Bild mal ne Feuerlinie hier ein bisschen. Der wird wahrscheinlich... Da kommt er? Da ist er nämlich. Bild mal ne Feuerlinie, dass wir uns nicht gegenseitig abholen. Wer ist das? Der Sketch oder wie der Ei? Den kenn ich. Wie heißt der? Der weiß nicht, dass wir nicht... Ah, der ist schon Checkout. Okay. Der antwortet nicht. Ja, der schreibt ja. Geh' in die Feuerposition. Ja, ich geh' trotzdem aber mal. Ja, ich bleib' solchen Leuten trau' ich doch nicht, Mann. Das... Ich würd' doch auch nicht in fünf Leute rennen und sagen, ich bin böse. Da ist er. Komm zu euch. Ich hab' mir ein Visier. Du bist das, ne? Oder ist er das? Ne, das ist der Sketch. Wo der... Der für einen krassen Rucksack, alter. Der ist richtig gut ausgerüstet. Ja, töte ihn. Ich lauf' mal zum Heli, mal gucken, ob ich was krieg'. Ne, du killst jetzt hier nichts. Ich will ihn nicht killen. Zombie ist im Anmarsch. Er haut jetzt wieder ab. Er kommt zurück, er kommt zurück. Weil hier nichts ist. Er macht schnell Looting. Warum schießt der denn jetzt, Peters? Da kommt noch ein Auto da oben. Lass' mal hier weg, Mann. Was... Hier zu hohes kommt. Wer ist das gewesen? Der... Der Mad Max? Ne, der steht glaub' ich vor mir. Ne, ne, ich bin hier, ich bin hier. Ja, fliegen oder was, oder nicht? Was kommt denn da für ein Auto? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Typ? Ist der schon wieder weg, oder? Wir müssen aber jetzt erstmal was spawnen, alter. Hier, hier. Ne AK-47 und ne Remington mit Munition. Hier in dem Zelt. Der kommt wieder, der Typ. Na, Mann, hier. DMR Munition, zweimal. Dreimal Anti-Pyrtex. Der Wichser klaut uns unsere Loots. Behalt euch. Dabei. Ich würde ihn einfach umpusten, aber gut. Aber warum nicht? Obwohl, lass ihn mal in Ruhe. Lass ihn mal in Ruhe. Ist doch. Er war friendly bisher und... Hier liegt ein, äh... Shotgun. Brauchen wir nicht. AKM ist hier im... Das ist übrigens hier der Hero-Skin, ne? Der, den er hat. Ja, ja, ich weiß. Deshalb, äh, kann man davon ausgehen, dass der wirklich friendly ist. Ja, der wird nicht von uns. Der ist jetzt mal grad in den Heli. Alter, hier sind Zack ist Backenlacken. Nein, ich wäre von uns nach dem, ja? Ja, der Sven, äh, der Ravi. Ja, sehr schön. Was? Zwei Magazine im Hedip-Sicht, die geht, ja. Ja, nice, danke. Aber das Ding ist, ich finde, das, das Gewehr, was ich eben aufgenommen habe, ist weg. Ah, lol. Dein Rucksack ist weg, Alter. Du kannst anscheinend nicht mit deinem Rucksack umgehen. Alter, was soll ich hier? Wie, wie soll ich mit meinem Rucksack umgehen? Entweder nehme ich es oder ich nehme es nicht. Entweder ist es in meinem Rucksack oder ist es nicht. Entweder ist es nicht in meinem Rucksack. Ui, so, wo bist du denn? Was soll ich hier machen? Lass mich mal in deinen Rucksack dran. Ja, hier hinter dem Rucksrauber. Ja, warte, schick mal jetzt alle nicht, bitte. Ich bin zum Ravi. Ne, Tatsache, die ist da nicht drin, Alter. Ja. Wie hast du die denn in deinen Rucksack getan? Open Backpack oder rübergezogen, ne? Gear Open Backpack reingezogen und dann war sie gar nicht drin. Das heißt, es ist nichts passiert und die Waffe ist einfach verschwunden. Da war der Rucksackblech voll oder so. Ja, du musst halt darauf achten, dass der Rucksack auch voll, äh, ist, dass du zehn Plätze frei hast, ne? Ja, hätte ich eigentlich haben müssen. Hier ist eine M1014. Die bauen wir wahrscheinlich nicht. Ne, die ist schrotzendelassen, weil wir drin haben wir jetzt genutzt. Ich hätte nicht pein, hat er weggepustet, ey. Ja, der eine Zombie hatte hier im Standard dabei, auch sehr cool. Oh, eine Splitterhandgranate, nehmen wir mit. Achtung, Zombie. Ja, ich hab ihn. Sehen. Er läuft da vorne. Ich. Guck. Oh. Oh. Jetzt werden's gerade ganz viele. Ja, komm zum Buch, mach mal erst mal loskriegen. Brauchgranate zum Dings. In Richtung Zombies, in Richtung Zombies, ganz weit. Wir brauchen ja nicht mehr, hier ist alles weggelootet. Ja, ist so, brauchen wir nicht, ist so. Alle reinsteigen, das ist Verschwendung von... Ja. Brauchgranate. Brauchgranate rüber. Ne, warum brauchen wir doch nicht? Wir haben da alles gelootet. Ist alles weg. Ja, schade um die Jahre, ja. Ja. Ich bin aber auch ein Armeer, auch nicht selber. So, Dennis, hast du ein Webpack? Äh, hast du ein Web im Nordpunkt setzt? Wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, zum Lager, oder nicht? Oder sollen wir mal nach Czerno? Ja, mach ich sagen. Ausladen und dann nach Czerno. Vielleicht müssen wir eigentlich auch nochmal... Na, der Lager ist noch gesetzt. Wie ist denn der Tank? Ja, bisschen weniger als die Hälfte, lass uns gleich mal tanken fahren. Zum Lager, danach machen wir mal tanken. Wir haben zwei Jerrikans im Heli. Ja, deswegen, also wir haben nur noch elf Plätze in dem Heli. Äh, lass doch gleich tanken fahren. Ja, dann hebt mal ab. Ja, aber vielleicht looten wir da noch was. Ja, wenn doch noch Platz im Heli. Ja, wir haben doch genug Platz, du hast recht. Wir fliegen erstmal dahin zum Team Kerstschock. Warte, dann mach ich mal einen Nachbarn. Ja, ich mach schon. Du sollst nicht freihändig fliegen, Peter. Zu spät, ich hab schon.